Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf RuoQuarty. Wir werden heute 15 Lootboxen öffnen und ich hoffe, dass wir mit etwas Glück auch ein paar legendäre Gegenstände bekommen werden. Hier sind die 15 Lootboxen und dann würde ich sagen, öffnen wir gleich mal die erste. So, was haben wir denn hier? Fangen wir jetzt mal links an. Ein Spray von Roadhog. Komm her, okay. Rüsten wir gleich mal aus. So haben wir noch von Pharah ein Spray auf der Hut, alles klar. Eine Winston-Skin. Ja, eine Siegerpose. Brille. Wow. Sehr gut. Rüsten wir auch gleich mal aus. Und Lucio. Okay. Ja, das war doch erstmal gar nicht so schlecht. Öffnen wir gleich mal die nächste. Nice. Okay, ist nur Geld. Egal. Ein Mai-Skin. Oder Mei. Okay, sehr schön. Gleich ausrüsten. Ein Senyata-Spray. Okay. 150 Währung. Nice. Was haben wir hier? Ein Hanzo-Spray. Nice. Das hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt. Gleich die nächste hinterher. Okay. Wieder blau. Oh, ein Bastion-Skin. Keine Hex. Die Fahre-Spur. Okay. Nehmen wir alles erstmal mit. Lasst euch nicht mit dem Bart im Briefkasten erwischen. Okay. Witzig. Bastion-Skin. Wiese. Okay. Ist gar nicht so schlecht. Und Reinhardt. Reinhardt. Okay. Dann die nächste. Oh, nice. Zweimal pink. Ne. Doch, zweimal. Highlight-Intro. Nice. Jawohl. Sehr schön. Gleich ausrüsten. Ein Mercy-Spray. Ich hoffe ja auf ein Mercy-Skin, weil da fehlt mir noch einer. Noch ein Skin. Oh, Mitternacht. Nice. Okay. Ausrüsten. Auf jeden Fall. Und ein Torbjörnspruch. Alles klar. Also bis jetzt ist gar nicht so schlecht. Ah, das haben wir doppelt. Okay. Sehr gut. Widowmaker-Spray. Okay, das habe ich schon. Also besseren. Besseres Spray. GG. Alles klar. Ne, war mit. Das haben wir schon. Und Junkrat-Spray. Und das sind Baulow mit. Und dann die nächste. Aber irgendwas Legendäres doch mal. Immer dieses Blaue. Beides habe ich schon. Okay, 50 Währungen. Und Symmetra-Spray. Lotus. Ja, nehmen wir auch noch mit. So, neun Stück haben wir noch. Irgendwas Legendäres. Okay. Zweimal Blau, einmal Pink. Symmetra-Skin. Ne, da habe ich schon einen. Okay. Spray. Oh. Highlight-Tor. Krass. Nehmen wir auch noch mit. Und Tracer. Spiele-Icon. Ne, ich finde das von Senyata cooler. So, Lootbox Nummer 8. Wieder nichts Legendäres, aber ein bisschen Geld. Reaper-Spiele-Icon. Genji-Spray. Okay, das sieht ganz cool aus. Nehmen wir mit. Und 155 Währungen. Nice. Und ein Bastion-Spray. Alles klar. Lootbox Nummer 7. Irgendwas Legendäres. Nein, natürlich nicht. Wieder Blau. Spray. Senyata-Spray. Hanso-Spiele-Icon. Und... McCree-Spray. Okay, das ist ganz nice. Nehmen wir auch noch mit. So. Irgendwas Legendäres. Komm schon. Oh. Das habe ich doch schon. Mercy-Spray. Ne, das ist nicht so toll. Winston-Spray. Okay, ausrüsten. Das haben wir schon. Und noch... Oh, noch ein Winston-Spray. Okay. Das war nicht so eine tolle Box. Wieder Blau. Oh, ein Lucio-Skin. Nice. Immerhin. So. Torbjörn-Spray. Ne. Okay, das nehmen wir mit. Selbstwoll... Achso, Sieger-Pose. Ja, warum nicht? Und noch ein Spray. Okay. So, vier Stück haben wir noch. Und wieder nichts. Rotog-Skin. Nicht mit mir. Okay. Tracer-Spray. Sieger-Pose. Ich dachte immer, das wäre ein Skin. Okay. Nehmen wir auch noch mit. Ne, das andere Spray fand ich schöner für McQui. Hey, Lootbox Nummer drei. Noch drei Stück jetzt. Wieder nichts. Und das haben wir auch. Okay. Unter rund 20 Liegestütze. Ich zähle mit. Nice. Sieht doch voll ähnlich aus wie das andere davor. Toll. Hanzo. Ja, das haben wir auch schon. Das haben wir nicht, aber... Achso, das soll ein Flügel sein. Okay. Ne, das ist auch blöd. So, vorletzte Box. Zweimal blau. Oh, einmal Geld. Oh, Protoss. Nice. Okay. Ne. Ich behalte das andere noch. Tracer. Auch ein Spray. 50 W-Rum. Und Reinhardt Spray. Das sieht cool aus. Das ist immer mit. So. Letzte Lootbox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und... Ja. Hoffen wir jetzt mal. Auf irgendwas Legendäres. Oder Pink. Ich wäre auch mit Pink zufrieden. Aber nicht blau. Oh, es war doch so klar. So, Spray. Ja, kein Durchkommen. Sehr schön. Alles klar. DVR-Skin. Ja. Immerhin. Toller Spruch. Alles klar. Nehmen wir auch noch mit. So. Das waren jetzt 15 Lootboxen. Ja, ich habe keine Lootboxen mehr. Ist richtig. Tja. Das Beste war eigentlich irgendwas Pinkes. Hier vom Soldier die Animation. Zielgeschießen. Das war so das Beste, was wir bekommen haben. Der Rest, der war echt kompletter Scheiß. Aber gut, so ist es. Immerhin haben wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Tja. Das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.